Wir haben im Hinspiel bestätigt bekommen, was wir erwartet haben. Eine richtig abgezockte Mannschaft. Es wird eine konstantere Leistung brauchen als im Hinspiel. Wir müssen über die ganze Spielzeit sehr fokussiert sein und in jedem Detail sehr genau. Wir sind immer enttäuscht, wenn ein Spieler verletzt ist und auch traurig für ihn, weil er uns nicht nur sportlich fehlt, sondern eine Zeit lang auch in der Gruppe. Trotzdem müssen wir vorwärts schauen und versucht aus dieser Situation natürlich auch eine gewisse Kraft zu schöpfen. Im Bewusstsein, dass wir jetzt alle noch mal ein bisschen näher zusammendrücken müssen, dass wir einander unterstützen müssen. Ja, es eine große Bauer. Tanto die von Florian, wie die von Jeremy und Patrick. Sie sind wichtig für uns, für den Schema. Aber wir müssen auch nicht sagen, dass wir gute Bauer haben, dass wir guter Bauer in der Reihe können. Und wir können es in der besten Weise machen. Und wir können es in der ersten Zeit, dass wir heute eine große Herausforderung haben, dass wir heute ein bisschen weitergehen können. Wir müssen uns in der ersten Zeit, dass wir heute eine Freude haben, und wir können es in der ersten Zeit, dass wir heute eine Freude haben, Das ist eine gute Idee.